Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 852 und heute habe ich die folgenden Themen. Ja, Piel, LinkedIn, Flight Simulator und Saturn. Ich bin gleich mit dem ersten Thema und bin mir gar nicht sicher, ob ich das Ganze richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Fintech aus der Schweiz, das sich komplett auf die Community setzt. Das heisst, sie nehmen Inputs aus der Community wahr und versuchen die auch möglichst schnell umzusetzen und somit natürlich auch zu wachsen. Und es ist die erste Bankenlösung hier in der Schweiz, die eben nicht auf eine Originalbank, also auf eine traditionelle Bank setzt, sondern eine reine Technologie-Geschichte ist. Das ist extrem spannend. Ich habe natürlich auch schon mein erstes Konto da eröffnet und teste das Ganze ein bisschen. Und werde in den nächsten Wochen sicherlich auch mal was auf dem Pogipsi.ch-Blog darüber schreiben. Doch jetzt konnte man schon was verkünden. Knapp eine Woche, nachdem das Ganze jetzt richtig online gegangen ist für die Masse an Nutzern. Eine Kooperation mit Fontobel. Fontobel ist eine sehr, sehr bekannte und auch stabile Bank hier aus der Schweiz, die ein sehr gutes Standing, eine Reputation hat. Auf die ich übrigens früher auch schon Vermögensverwaltungen verkauft habe, mag ich mich erinnern. Ja, die hat ein bisschen was investiert. Die haben nämlich ein paar kleine Millionen darin investiert, setzen auf Technologie davon, aber möchten natürlich dadurch auch nicht dem ganzen Neuen sich verschliessen. Gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, welche anderen Banken vielleicht in näherer Zukunft sich auch noch in die Richtung beteiligen werden. Weiter geht es mit der Zwischenablage von iOS und iPadOS. Die wurde nämlich zweckentfremdet. Seit iPadOS 14, also besser gesagt seit iPadOS 13, gibt es ja schon die diversen noch, ja, wie sagt man, detaillierteren Hinweise auf, ich nutze jetzt deine Kamera, ich nutze jetzt deine GPS-Daten etc. Und mit iOS 14 kommen da weitere neue Punkte mit dazu, wie zum Beispiel, wenn eine App auf das Clipboard, also die Zwischenablage zugreifen möchte. Und hier hat ein Nutzer herausgefunden, dass das eben einige Apps tun, ohne dass man ihnen dafür die Möglichkeit gibt oder die Erlaubnis gibt. Somit unterstellt er jetzt natürlich LinkedIn, also in dem Fall Microsoft, dass die angefragt einfach mal die ganzen Daten, die da drin sind, holen. Und das ist natürlich besonders hässlich, weil Apple mit dem Universal-Clickboard nicht nur das Clipboard, also die Zwischenablage von eurem iPhone oder iPad auslesen können, sondern auch das auf dem Mac, wenn ihr da gerade was kopiert habt, könnt ihr das ja einfach und schnell auf dem iPhone weiterverwenden. Dazu gibt es jetzt eine Symbol, eine Symbolklage, genau, eine Sammelklage mit Pilotcharakter, wie heise.de meint. Und dazu könnten bald noch weitere Apps stossen, denn anscheinend tun das 52 weitere Apps auch, die da drauf zugreifen. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Mit iOS 14 gibt es dann logischerweise wieder ein paar mehr Dinge, die ihr zuerst bewilligen müsst. Für den einen oder anderen mag das nervig sein, für die Sicherheit und den Datenschutz auf jeden Fall nicht. Dann gibt es Neuigkeiten zum Flugsimulator, nämlich dem Microsoft Flight Simulator 2020. Wir haben schon im letzten Jahr und im vorletzten Jahr darüber berichtet. Wir haben schon ganz viele tolle Videos gesehen, wie das Ganze ausschauen wird. Und jetzt wissen wir, wenn es kommen wird, nämlich am 18. August. Ab dann könnt ihr den Simulator, je nachdem wie ihr mögt, in der Standard-Edition, in der Deluxe-Edition, in der Premium-Deluxe-Edition, euch käuflich in eure Hosentasche bringen. Oder besser gesagt, auf euren Windows-Rechner. Das Ganze liegt irgendwo zwischen 69 und Grad und 119 Euro in Schweizer Franken entsprechend ähnlich. Und bietet euch lebhafte und detaillierte Landschaften. Es gibt schöne, lebendige Welten. Es gibt extrem gut bearbeitete Fluglinien, die Checkliste, das Live-Wetter und alles Mögliche ist mit dabei. Also ich habe da schon zwei, drei Videos gesehen und bin echt davon begeistert. Auch wenn ich zuerst mal die Zeit finden müsste, mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Ich freue mich schon darauf. Dann gibt es anscheinend, wie hat das WinFuture genannt, einen Probelauf in Österreich. Mediamarkt hatte schon im Jahre 1990 Saturn, den ehemaligen Mitbewerber, übernommen. Diesen aber immer noch unter eigenem Flag, also unter eigenem Namen weitergeführt. Das in der Schweiz, in Österreich, aber auch eben in Deutschland. Und man weiß oder hat schon länger mitbekommen, dass ich da ein bisschen was zusammenschmelzen will. Logischerweise gegen Amazon und andere Riesen muss man da ein bisschen was tun. Und somit per 1. Oktober 2020 werden in Österreich 15 Standorte von eben Saturn geschlossen. Und die werden übernommen von Mediamarkt, gerebrandet. Und die 900 Mitarbeiter sollen auch übernommen werden. Und somit dem Ganzen ein bisschen eine einheitlichere Marke schaffen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Etwas ähnliches hat es schon im letzten Jahr für die Schweiz geheissen. Ich bin da nicht aktuell auf dem Stand, wie es da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es in Österreich funktioniert, dass das sicherlich bei uns ziemlich schnell auch passieren wird. Weil ja, die Schweiz ist genau wie Österreich. Ein relativ kleiner Fleck. Und somit ist so eine Vereinheitlichung sicherlich nicht der verkehrte Weg. Ich entschuldige mich für die beiden Systemtöne, die jetzt noch mit drin waren. Wünsche euch aber einen wunderschönen und guten Start in den Tag. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch morgen am Mittwoch wieder lauschen, wenn es heisst Geek Talk Daily. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.